Der Feind springt auf den Himmel ab! Aufpassen! Hock dich in der Ecke! Loco! Da kommt einer! Da kommt auch einer! Kai, bei dir vor der Nase steht einer! Warum schießt du die? Ich hab die grad vollstreckt! Ach so! Du hast sie mir aus dem Arm geschossen! Das wusste ich nicht, da ist noch einer! Ich hab grad ein Messer am Hals gehauen, das füllt ihr vor allem rum! Ich hab gedacht, der kehmt dich sonst! Deswegen hab ich mich vereilt! Ich hab extra sauber geheimt! Ey, wer schickt mir denn da eine Freundschaftsanfrage, ey? Ich will nicht euer Freund sein! Irgend der Typ hier, oder? So, wo möchtet ihr? Query, oder was? Boneyard? Boneyard ist weit weg! Oder Query, mir auch egal! Hier, dann lass es doch hier nach Storage Town! Wo willst du denn da? Da ist ja nur ein Auftrag! Da ist ja nur ein Auftrag! Von mir aus, dann gehen wir nach Storage Town! Ist gleich die Hölle wieder los! Der Trick, den wir aber fahren, Loco, ist immer, wir gehen da runter, wo viele Kopfgeldaufträge sind, weil dann haben wir schon mal einen strategischen Vorteil! Mhm! Und wissen, wo die sind! Aber okay! Wenn du sagst, wir gehen nach Storage Town, dann gehen wir halt nach Storage Town! Ach, das war nur ein Vorschlag! Ja, jetzt sind wir schon auf dem Weg! Und danach können wir weiter nach Boneyard! Zack! Hinter uns! Die sind zum Bunker hin, ne? Ich hab ihn schon gesehen! Da hinten läuft er! Der ist abgehauen! Der Wichser haut im Auto ab! Der Feind nähert sich! Fuck! Da kommt einer runter! Ein anderes Gebiet! Wo? Da kommt einer runter, genau! Was denn abgeschossen? Warte, nicht killen! Nicht killen! Nicht killen! Ach, der lässt frei, der Bastard! Der Typ! Unser Kopfgeld ist da hinten! Ich hole mir mal die Kiste hier drin! Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt! Sei vorsichtig! Ui! Ich werd verfolgt! Wollt ihr ne Panzerungskiste haben? Ich hab hier Panzerung hier drin! Ja, bring mal mit! Kann ich nicht! Hab ich schon hier rausgeholt! Ist hier! Oh, hier kommt einer runter! Ja, ich seh dat! Ah! Fuck! Du siehst denn! Kau! Extraktion in Bereitschaft! Eine Landezone markieren! Kannst du mit der Diegel vollstrecken, Kai! Hat er! So, sollen wir hier... Guck mal, unser Kopfgeld ist da oben beim Bunker anscheinend! Da landet einer, Kai! Oben auf dem Ding! Da oben! Eingang zum Bunker hin! Ja! Komm, wir ficken ihn! Sein Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet! Der hat unser Kopfgeld gekillt, da haben wir Kohle gekriegt und jetzt killen wir ihn! Ja! Feindliche Drohne über uns! Ich geh links rum! Der ist reingegangen! Nach raus! Ich hab Dür gehört! Hab ihn! Oh, rein 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 rein! Also, ich hab ihn schon... Oh! Klette! Und... Zweiter ist auch down! Einen hab ich komplett erledigt! Einer müsste da noch liegen! Warte mal! Wo, 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 wo! Einer schießt sogar noch! Ja, ich hab gesagt... Warte mal! Da ist ein ganzer Squad drin! Ich hab... Alter, alter, alter! Der hat mich... Der hat mich gekriegt! Der hat mich gekriegt! Wie er das gemacht hat... Weiß ich nicht! Loco auch hier? Nein, komm, ey! Dann können wir aufgeben! Alter, ey! So ein Kacknoob mit so einem Scheißding, ey! Was ist das für ein Typ, wo ich da gerade zugucke, ey! Das ist... ... wieder so ein Typ! Hast du auch... Hast du auch gesehen? Der auf Vorderluke startet? Ja! Gehen wir da nochmal hin, oder? Ja, gehören wir mal! Das wollte ich nur hören! Ich könnte jetzt mit meiner Drohne euch Intel verschaffen! Mach ich auch! Hau ab mit deiner Drohne! Mach ich auch! Ich stell mich hier hinterm... hinterm Bunker und dann... ... geht die Drohne hoch! Und dann sag ich euch, wo die sind! Die sind dann nämlich Raketen! Also ein Scheiß am Abfeuern! Warte Kai, warte Kai! Also da unten sind vier Mann drin! Unten drin sind vier Mann, Kai! Oben kommt einer! Einer von oben! Ja! Und einer steht hier oben am... ... am... ... am Dings! Am... Oh! Einer killt mich gerade! Ja! Dings! Aber vier Mann... Hättest du dir mit deiner Drohne rumgespielt? Hättest du mir helfen können! Ich hab dir geholfen! Ich hab dir gesagt, hier sind vier Mann! Wusste ich auch vorher! Dass da vier Mann sind? Du wärst da fast reingerannt! Ich pack mir den da oben, der so doof am snipen ist! Wo ist denn hier einer am snipen? Schildbruch! Jetzt bin ich hier doof am snipen! Jetzt bin ich hier doof am snipen! Ha! Er macht Tür zu! Achtung! Ein feindlicher Angriffshelikopter näher ziehen! Abschießen und das Geld sichern! Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! Einen hab ich K.O. Den kannst du wieder killen mit der Desert Kai! Ja, da sitzen vier Stück drin! Ja! Okay! Ihr seid da! Dann gehen wir rein! Dann gehen wir rein! Ja! Ich hab nur auf euch gewartet! Ich hab die da festgelegt gesetzt! Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel achten! Mein Merz! Einen hab ich! Einen hab ich! K.O. Ich bin auch K.O. Dann komm wieder raus! Ich bin ganz K.O. auf anderen Seite! Ist noch einer! Granaten rein! Bam 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 bam! Rechte Seite! Rechte Seite! Oh! Von hinten! Ja! Da ist der den ich gerade gekillt hatte! Der will die auch haben! Das war wahrscheinlich das Kopfgeld! Zweck zu berühren! Zurück! Vollzeitirst-Fix! Echt weit da rumgammeln! Warum nicht! Ihr dürft mir noch nicht hinterherlaufen. Ich wollte erst mal reinrennen, gucken ob ich einen fischen kann und dann... Da auf links, da hat einer rausgeguckt. Und hier ist der Schwatte drin, der uns gekillt hat gerade. Einen hab ich. Da, wo ich Geld markiert hab, Sascha, da ist der Schwatte drin. Jetzt kommt er wieder von der anderen Seite. Hab ich. Einer ist noch übrig. Einer ist noch übrig. Frank, Frank, ich komm, ich komm, ich komm. Komm. Warum sag's denn nix, ey? Ich hab ja gehofft, dass der Randy da mal kommt. Da ist noch einer übrig. Wer hat da geschossen? War. Hab ich K.O. Da, ich werd immer noch beschossen. Mach ihn platt, Kai. Da kommt wieder hinter dir einer runter, Kai. Hinter dir. Über den Berg drüber. Rechts. Rechts. Da, hier, über den Ding drüber. Da, hinten, da läuft er. Da. Die schwarze Sau war das wieder. Ja. Hagen, hol mich schnell. Du musst aufstehen. Jawohl, Sir. Hier ist wieder einer. Warte, 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 warte. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ich werd beschossen. Wer ist das? Wer beschießt mich da? Ja. Oh, von hinten, von hinten, von hinten, hier. Hier. Die Richtung. Ja, ich hab den gesehen. Hier kommt noch einer, hier. Der Schwatte. Auf dem Weg hierhin. Werfe eine Granate! Der Feind springt über den Spieler. Auf den Himmel achten. Hier unten, bei mir ist einer. Ich muss mir eben ne Platte besorgen. Ich muss sagen, wie der Leute im Rücken schießt. Der Dreck zischt mich. Kalle, komm. Komm, mach. Weil ich gestorben bin, ist nicht schlimm. Ich hatte keine Munition mehr. Mach nicht so'n Scheiß. Warum hab ich denn... Warum hab ich denn... Hat der mir jetzt die Platte geklaut, der Scheiß Rubens? Assi, ey. Fuck. Hab ihn. Das war ja ein Geschenk. Das war ein Geschenk, wackei. Warum? Weil der da so schön da rumstand. Ja, der wollt euch... Der wollt euch hier flankieren, die Sau. Boah, die ficken wir aber, ne? Die kommen immer wieder. Ich hab ne halbe Mille. Hier oben. Ich über ne halbe Mille. Schildbruch. Toht? Passt auf. Tja, komm. Ich nehm alles, was ihr habt an Kohle. Da kommt schon wieder einer runter. Feinde sind hier. Gut markiert. Der Feind nähert sich. Ach, Scheiße. Geh runter. Lass dich runterfallen. Lass dich runterfallen. Ja, hier ist ein Geländer. Ja. Oh, mein. Baden. Sehr schön. Lass ihn. Bam, ein Schildbruch. Sehr schöne Runde. Alter, es macht heute so einen Spaß mit euch, ne? Ich hab die ganze Kohle von denen hab ich angesagt. Die waren aber auch. Die wollten's unbedingt wissen, ne? Ich hab sie. Untertitelung des ZDF, 2020